Servus und willkommen zu einer neuen Folge zu Playstation News und mehr. Ich freue mich wieder euch auf eine neue Woche in der Gaming- und Playstation-Welt und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Es ist soweit, Rise of Ronin erscheint nächste Woche Freitag, den 22. März. Das hatte ich euch ja schon gesagt, auch dass ihr einen Pre-Order-Bonus bekommt, wenn ihr es jetzt schon vorbestellt. Es kostet UVP im PSN-Store 79,99 Euro. Die Neuigkeit oder was jetzt neu daran ist, ihr kriegt sie bei Amazon oder auch bei MediaMarkt oder Saturn. Bekommt ihr die Disc-Version aktuell schon für 10 Euro günstiger, wenn ich für 69,99 Euro. Deswegen, ich glaube im PS-Store ist das nicht rabattiert. Deswegen holt euch auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt mit der Disc-Version, holt es euch vorab. Dann habt ihr den Pre-Order-Bonus plus nochmal 10 Euro gespart. Finde ich eine gute Sache, deswegen wollte ich es euch direkt hier erstmal mitgeben. Ach ja, und noch eine Info. Ich habe auch mal nachgeschaut. Dieses Game wird ganz schön viel Speicherplatz brauchen. 96 GB. Die Pre-Order-Version oder knapp 96 GB. Das ist schon ordentlich was. Wenn du wissen willst, wie du internen Speicher oder externen Speicher für deine Playstation 5 einbaust, schau gerne mal auf meinem Kanal rein. Mache ich jetzt auch oben nochmal einen Link rein. Habe ich auch schon mal in einem Video beschrieben. Apropos Open-World-Game. Am 16. Mai erscheint Ghost of Tsushima für den PC. Ich hatte es letzte Woche auch schon angekündigt, da war es noch ein Gerücht. Jetzt ist es aber ein Fakt. Am 16. Mai kommt das geile Game dann auch für den PC raus. Klar, ist nicht Rise of Rooney, weiß ich auch. Aber es geht so ein bisschen in die richtige Richtung oder in dieselbe Richtung. Deswegen für alle, die vielleicht am PC zocken, auch interessant. Dann gibt es mal wieder ein neues, ich wollte schon sagen Gerücht, aber nein, ist auch ein Fakt. Und zwar ein weiteres Studio von Sony macht dicht. Und zwar Deviation Studios sagt mir gar nichts. Das habe ich aber gelesen, die wurden im Jahr 2020 gegründet von zwei Entwicklern, Dave & Tony & Jason Blundell. Und die beiden waren unter anderem für die Entwicklung des Zombie-Modus bei Call of Duty Black Ops zuständig. Also schon namhafte Entwickler. Aber jetzt wurde bekannt gegeben, dass dieses Entwicklerstudio geschlossen wird. Warum wurde das überhaupt gegründet? Die wollten einen Exklusiv-Titel für die PlayStation 5 zusammen entwickeln mit dem Support von Sony. Drei Jahre oder jetzt fast vier Jahre später, muss man leider sagen, dass daraus nichts geworden ist. Ich schaue auch immer so, was ist denn eigentlich aktuell so ein Trend oder nach was wird oft gesearcht. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr das mal wissen wollt, geht einfach mal auf Google oder gebt bei Google Google Trends ein. Kommt ihr auf die Seite, dort könnt ihr zum Beispiel PlayStation 5 eingeben. Und dann seht ihr auch immer, was wird aktuell in diesem Kontext gesucht. Und da ist ganz oben mit dabei, Son of the Forest. Ja, das ist also der neue Teil. Das ist das, was auch sehr, sehr häufig einfach gesucht wird. Und zwar explizit dazu, wann denn der Release ist für die PlayStation 5. Kann ich euch leider auch keine Infos geben. Ich habe mal das Internet durchforstet. Gibt es auch irgendwie keine News aktuell. Also am 22. Also vor ein bisschen mehr als vor zwei Wochen ist ja Son of the Forest dann für Steam erschienen, die neue Version. Und jetzt eben für die Konsole gibt es noch kein Release-Datum. Es wird vermutlich noch einen Moment dauern, aber es ist Fakt, es wird kommen. Sobald ich hier irgendwie eine News habe und weiß, wann das Release-Datum ist, werde ich es euch hier auf jeden Fall mitteilen. Apropos Gerüchte, kommen wir ganz kurz zur PlayStation 5 Pro. Da hat sich jetzt Colin Morary von Scarlet Symbols geäußert. Scarlet Symbols ist ein PlayStation-Podcast, könnt ihr auf YouTube anschauen. Und der Typ behauptet, dass bereits sowohl First- als auch Second-Party-Entwickler die ganzen Specs von der PlayStation 5 vorliegen haben. Also die wissen ganz genau, was für Specs die PlayStation 5 hat. Das hatte ich euch in einem anderen Video auch schon mal erklärt. Weil eben man natürlich die Spiele auch entwickeln muss und das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Und die Entwickler müssen oder Entwicklerinnen müssen ja wissen, was sie entwickeln oder für welche Plattformen. Und deswegen haben die angeblich schon die Specs. Ja, also ich bleibe dabei. Wir wissen im November mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, im November wird die PlayStation 5 Pro dann auch endlich erscheinen. Und ich werde sie mir direkt pre-ordern und hier holen und euch auch dann vorstellen und uns dann intensiv auf die Unterschiede von PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro eingehen. Freue ich mich schon wirklich sehr darauf, müssen wir uns aber leider noch einen Moment gedulden. Und ganz wichtig, Disclaimer, alles aktuell nur Gerüchte. Meine Vermutung ist trotzdem, dass dieses Gerücht richtig ist. Im Übrigen noch ein kleiner Tipp, habe ich im Internet gefunden. Sollte eigentlich klar sein, es gibt einen Nicht-Stören-Modus auf der PlayStation. Dazu müsst ihr einfach nur die Menü-Taste drücken und dann gibt es dieses Glockensymbol, das Anklicken. Habt ihr nicht die Stirn, dann kriegt ihr keine Notification. Das bleibt so lange bestehen, bis ihr die PlayStation neu startet oder aber das wieder deaktiviert, solle bekannt sein. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr irgendwie manchmal zugespampt werdet, das habe ich manchmal, dass irgendwie so random englische Chat irgendeine Scheiße bekommen. Da könnt ihr einfach in den Einstellungen reingehen bei Chat und dann anklicken, dass nur Freunde euch schreiben können. Ja, falls die es noch nicht wissen, das auch nochmal ganz kurz als Info oder als praktischen Tipp. Dann noch eine interessante Sache, die ich jetzt auch letztens wieder gesehen habe. Hier, ihr erinnert euch, Fortnite auf dem iPhone wurde ja oder 2020 aus dem App Store gekickt. Einfach aus dem Grund, weil Fortnite die wahnsinnige, also eine Provision von 30 Prozent, was Apple da immer möchte, wenn man in Gamekäufe tätigt. Wollte oder wollte Fortnite umgehen und hat das auch versucht. Apple hat dann die rausgehauen. Jetzt habt ihr es ja mitbekommen mit dem neuesten iOS Update durch eine EU-Vorgabe. Muss in Europa jetzt, in der EU, muss Apple jetzt Dritt-App-Anbieter oder einen alternativen App Store zulassen. Ist aktuell auch möglich, habe ich auch nicht genutzt. Sehe ich jetzt auch keinen Nutzen erstmal davon. Aber der erste Nutzen ist, dass Apple jetzt gesagt hat, okay, Fortnite, Epic Games, ihr könnt ab sofort wieder auf dem iPhone eure App installieren. Interessant. Ich weiß nicht, ob jetzt die Provisionen wieder bezahlt werden. Vermutlich schon. Aber zumindestens, Fortnite ist jetzt wieder auf dem iPhone oder soll wieder auf dem iPhone kommen. Fand ich sehr interessant, dass da Apple zumindest ein Stück weit eingeknickt ist. Aber die kriegen natürlich trotzdem noch die Kohle. Naja. Ach ja, dann habe ich noch eine Spiele-Empfehlung der Woche und auch eine Film-Empfehlung. Kommen wir kurz zur Spiele-Empfehlung. Und zwar ist das Kingdom Dome Deliverance. Ist ein Rollenspiel. Spielt im 15. Jahrhundert im Mittelalter in Böhmen. Und euer Dorf wird da irgendwie abgebrannt. Und da spielt es mitten im Bürgerkrieg. Und ihr seid dann auf Rach raus. Und dann gibt es einen großen Krieg. Und das Ganze, wichtig, kein Fantasy oder sowas. Sondern es ist wirklich ein Spiel, was auf historischen Fakten oder versucht zumindest das Ganze historisch anzugehen. Also wer sagt, hat Bock auf Mittelalter ohne Fantasy-Background. Dann dieses Game. Warum empfehle ich das? Weil das bis zum 21. März aktuell im PS-Store reduziert ist. Und zwar von 40 Euro auf aktuell 3,99 Euro. Okay. Das Spiel gibt es auch schon seit über 5 Jahren. Aber dennoch auf jeden Fall meine Spiele-Empfehlung der Woche. Dann kommen wir zur Film-Empfehlung. Das sind tatsächlich diesmal 2 Filme, wenn ihr so wollt. Kurzer Reminder. Ich habe jetzt eben nochmal geguckt. Ich weiß, viele von euch sind auch The Last of Us Fans. Da auch nochmal Grüße an alle Last of Us Fans. Und ich habe nochmal was für euch. Und zwar, ich hatte euch ja von der Dokumentation berichtet, die jetzt für The Last of Us 2 mit rauskam. Und zwar heißt die Grounded 2. Und die könnt ihr kostenlos auf YouTube anschauen. Und die gibt es auch schon. Also die ist schon längst rausgekommen seit Ende Februar. Diese Dokumentation. Superspannend. Habe ich mir letztens reingezogen. Mache ich euch hier oben jetzt nochmal einen Link mit rein. Wie gesagt, könnt ihr kostenlos auf YouTube anschauen. Und jetzt kommen wir zu meiner eigentlichen Film-Empfehlung. Und zwar Dune 2. Leute, was ist denn da los? Der Film ist seit, glaube ich, 2 oder 3 Wochen im Kino. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Deswegen, ich gebe euch jetzt hier die Film-Empfehlung. Habe ihn selber auch noch gar nicht gesehen. Wie bescheuert. Aber ich hatte Dune 1 damals im Kino gesehen. Und ich war hin und weg. Fand ich richtig gut. Also Science-Fiction. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel zu erzählen. Und auf jeden Fall den Film könnt ihr jetzt im Kino anschauen. Dune 2 hat bei Filmstart sogar 5 von 5 Sterne. Also wirklich, das ist in einer Reihe von Herr der Ringe und der Pate. Es gibt ganz wenige Filme, die wirklich 5 Sterne auch haben. Und ich bin echt gespannt. Ich ziehe mir das auf jeden Fall rein. Ich hoffe, dass man den bald irgendwo vielleicht auch bei Apple TV oder was weiß ich wo auch kaufen kann. Dann kann ich mir den zu Hause anschauen. Und was ich damit auch sagen will ist, es gibt ein Game dazu. Und zwar Dune The Awakening. Und das Game ist noch nicht raus. Auch nicht ganz klar, wann es rauskommen wird. Wahrscheinlich wird man Glück haben Ende dieses Jahres noch. Und ihr könnt euch, für alle, die auch auf dem PC zocken, ihr könnt euch, geht auf www.duneawaking.com und dort könnt ihr, ich mache euch den Link unten rein, dort könnt ihr euch für das Closed-Beta-Programm anmelden. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr angenommen und könnt dann auch schon das Game in der Beta-Version zocken. Deswegen ganz klar, das meine Filmempfehlung der Woche. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, wer von euch den Film anschaut. Aber, ja, klar, ist es ein Star-Wars-Abklatsch? Ich weiß es nicht, eigentlich nicht, weil es auf Büchern passiert. Aber das Konzept, ich stehe halt einfach auf Science-Fiction. Punkt. So, ich hoffe, ihr seid jetzt gut in die Woche gestartet. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann schreibt es immer in die Kommentare rein. Sagt gerne auch mal Bescheid, was ihr, wie gesagt, vor meinem letzten Video haltet, weil ich hier dieses Zubehör präsentiert habe. Ich bin eigentlich froh, dass ich die Kooperation eingegangen bin, weil ich jetzt einfach nochmal was Neues gelernt habe. Und, ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken und macht es gut und bis bald. Ciao.